Der KZUR SC präsentiert Wildpark TV, powered by Baden TV. Dominik Peitz, weil ich das auch das ganze letztes Jahr, seitdem er da ist, in meinem Zimmerpartner ist. Ich war vorher mit dem Stolli zusammen, der hat sich aber leider verletzt letztes Jahr und seitdem ist Dominik Peitz. Boah, Tageshighlights ist wahrscheinlich der Fußballplatz. Das ist wirklich das Highlight hier. Oh Gott, mein Norgo des Tages. Boah, ich weiß gar nicht, gerade heute hatte ich noch gar keins. Mein bester Teamkollege, der war ja eigentlich unser Neuzugang, der René Vollart und der Max Reude. Wir hatten heute den ganzen Tag Daubertraining und ich hatte den größten Teil mit den beiden zu tun. Ja, aufs Abendbrot natürlich und aufs Bett. Ja, ich glaube ohne Internetanschluss, da werden hier also einige aufgeschmitzt. Ja, dass wir wieder so einen Tag haben wie letztes Jahr, wo man als Mannschaft noch enger zusammenbringt. So eine Teambuilding-Maßnahme, egal was, muss nicht das gleiche sein wie letztes Jahr, aber dass wir wieder so etwas machen können, wenn es die Zeit zulässt. Unruhe. Dimin Asarov, den habe ich das schon angekündigt, dass er der Nächste ist. Der hat sich ein bisschen gesträubt, aber er ist der Nächste. Der K2R SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. aus trock aus trock Beautiful. Beautiful. Ah. 浦. .